Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin Max Snake. Ich zocke für euch Bastion. Wir zocken quasi zusammen. Ich am Controller. Ihr als mentale Unterstützung, wenn man so will. Ich hatte zwischendurch ja mal wieder ein kleines Aufnahmeproblem. Daher habt ihr nicht mitgekriegt, wie ich den Picker gekriegt habe. Den hat mir Zia gegeben. Ich habe ja im letzten Level ein Pickernest gefunden mit einem Ei. Daraus ist der Picker geschlüpft. Ihr habt nicht gesehen, wie ich das Fundbüro aufgemotzt habe mit dem letzten Schalt. Ihr habt nicht gesehen, dass dieser Kochtopf genauso wie die Pfeife zu einem fiesen Traumlevel führt, wo man sich so und so für Runden gegen irgendwelche Trubbilder behaupten muss, was ziemlich anstrengend und scheiße ist. So, ich möchte aber eigentlich direkt weitermachen und Sharks suchen und dazu geht's nach Sandberg. Dort wurde ein Splitter geortet, der verbirgt sich unter den Überresten eines heiligen Bergs, der einst einer reichen Tier- und Pflanzenwelt. Der einst einer reichen Tier- und Pflanzenwelt erfreute sich Thun. Thun. Stiefellecker ernähren sich, indem sie ihre Opfer zuerst in ihren rauen, clownartigen Wurzeln... Aha. Und der Junge kam vom Himmel gefallen. Lustig. Oh. Da kommt irgendwas irgendwo. Ja. Schön, dass man so viel sieht. So. So. Da ist nicht ein Wilmsenfisch. Und schau. Das ist ein super Gut gekuppelt. Sehr gut. Sooo. Dann sieht ich da... Also, das ist nicht so richtig schön, oder? man kann sich den blöden wald noch nicht mehr ich bin hier alle her fisch ist hier sind die sie es lieben sehr schön wie sammeln wir natürlich gerne ein da sind wir nicht so mensch ob sie es ist das ist das kuppel fisch kuppel fisch kuppel es war jetzt nicht so geschickt muss ich irgendwie Oh, da liegt was So, macht aber auch nichts Ich glaube, ich hab ein bisschen was eingesammelt Nicht Nicht Ich muss lachen Der Heil Oh, ist da was? Ich sehe nichts Das ist hier alles so Ich sag mal grün Sonntagstronikum Da sind ich sehr gerne mit Abbeerfackelt Und abbeerfackelt Was? Die hässlichen Dinger Lass mal die jetzt hier abfackeln So Und dann muss die hier abfackeln Ohne dass sie nicht abfackelt Da drüben steht ja noch so ne hässliche Stimmkombine Jetzt muss ich nachfragen Oh mein Gott Wir haben doch keine Zeit Ja Ich bin äh Oh Was ist das denn? Ist das denn so unfair? Ist das denn so unfair? Ich äh Ich äh Ich äh Ich äh Da ist zumindest noch mal ein Heilton Und das nämlich der nicht Ich glaube nämlich ich werde hier Jedes brauchen was ich kriege Und das ist ein Granatenwerfer So Ich bin ja nochmal so ein Ding reingefahren hier Und den Granatwerfer Würde ich dann schon ganz gerne jetzt auch mitnehmen Galeonenmörser So Okay Den finde ich jetzt allerdings nicht so cool Weil man ihn vielleicht auch einfach nur lernen muss suchen Ja Aber nichts ist so passiert Hinten war glaub ich dann War noch was Was ist das? Feines Grammock Was ist das? Feines Grammock Trotzdem dämliches Viechzeug Ich glaube ich mag den Granatwerfer Je länger ich damit Viecher klette desto Ich glaube ich mag den Angenehmer finde ich ihn Distanziert Nicht allzu präzise Viel Splash Damage Kann man Schon was mitmachen Schon was mitmachen Ja Wer zielen kann Und so Ist natürlich klar Aber Aber dafür macht man auch noch ganz schön Äh Ja 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 Dafür kann man mit einem Schuss auch echt ganz schön was kaputt machen Da ist meine Brücke Da muss ich also hin Und hier haben sie Einen friednerischen Granatwerfer stehen Das macht mir nichts Den kriege ich auch Oh Da ist tatsächlich eine Reichweite Mit einem Granatwerfer begrenzt Das ist ja ein starkes Stück Das ist ja ein starkes Stück Ich muss ja nichts kaputt machen Ich muss ja nichts kaputt machen Also Na gut Dann Ups Eben nicht Was heißt denn hier intensiv Inkasiv heißt so viel wie genau richtig getroffen Da müssen wir uns jetzt drauf einstellen Dass das eigentlich unsere Läbis und Freunde sind Uuuuuh Ich denke nicht Was hat sie ihnen gebracht? Nischt Was hat sie ihnen gebracht? Nischt Wat 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 Was ist denn hier los? Äh Äh So Hatten wir eigentlich Ja aber wir Wir haben nicht wirklich Ach scheiße Ach scheiße Ach scheiße Aaaaaaah Wir müssen nochmal ganz von vorne Ja 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 Wissen wir doch wissen wir doch wissen wir doch wissen wir doch So die viel interessante Frage Interessantere Frage ist ja jetzt Gibt es hier noch irgendwas was ich noch nicht habe? Gibt es hier noch irgendwas was ich noch nicht habe? Ähm Im Sinne von die ganzen Goodies die ich gerade eingesammelt habe muss ich jetzt natürlich wieder einsammeln Na klar Na Die haben wir mitgenommen Sooo Da konnte man runterfallen wenn ich mich recht erinnere Da sind auch so nichts tolles Das haben wir das haben wir das haben wir das haben wir Ich möchte wieder irgendwo hin Wo ich was sehe Hier Ja Tja Kann man gut finden Muss man nicht Komm schon So Mensch Ja, das haben wir alles schon gehört Ja, 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 ja Lassen wir noch alles Das war keine delicate Situation, das war eine dumme Situation So, das Grammophon mitgenommen Boom Weg Und ich versuche mit dem Granatwerfer mal weiter zu kommen Wäre doch gedacht Dass ich irgendwie hin Ja Whatever Oof Ja Alles richtig soweit Alles richtig soweit Haben wir auch eine super Sache Ich muss ehrlich gestehen, so simpel finde ich diese Viecher alle gar nicht Die sind schon so ein bisschen anstrengend alle Die haben sich dabei auch richtig Mühe gegeben So, ich heile mich jetzt Das ist eine tolle Sache Also dieses Zusammenspiel mit dem Blinken, wenn er sich hin Oh 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 Boom 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 Bevor mal Freie Bahn mit Marzipan und so ein bisschen Luft schaffen. Obwohl das hier gleich nicht so anstrengend wird. Ich denke nämlich, alles, was hier rumsteht, kann auch einfach mal weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann auch alles weg. Das kann erst recht weg. So, was gibt es hier denn sonst noch so, was weg kann? Hinten noch was? Jo. Geh weg. So. Ja, tatsächlich haben die versucht, hier sich eine Bastion einzurichten. Dit is ja irre. So, da gibt es nichts. Dann heißt es Splitter nehmen und durchlaufen. Fair and square. You don't need to keep tangling with all those things. Boah, ist das ätzend. Ätzend. Ah, Kettenreaktion. Schön. Das nutzen wir doch gleich mal aus. Während wir hier rumrennen und hoffen, dass wir durchkommen. Shit, jetzt sind die Dinger anstrengend. Ah. Ein Schuss genügt. Das muss einem doch gesagt werden. Ja, ein Schuss reicht nämlich nicht. Ja. Super, haben wir was gekonnt. Jetzt nichts wie weg hier. I don't worry. I don't worry. So. Das hat sehr viel Arbeit gemacht. Sehr viel Arbeit gemacht, aber auch sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn ich Bastion spiele. Bis dahin. Zockt viel, zockt schön. Macht es gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.